So, ein weiteres Mal herzlich willkommen auf unserem Kanal. Hallo, was geht ab, meine Freunde? Ich bin auch da. Wir spielen jetzt eine Runde. W-A-R-Z-O-N-E. Das ergibt das Wort Warzone. Und wir spielen heute Anfang des Endes. Terrorflip. Gute Leute, auf jeden Fall. Coole Namen in unserem Team. Happy Smoosh ist auch mit dabei, der darf niemals fehlen, Alter. Ich hoffe, ich kann jetzt hier ein paar Gegner downhunt, damit ich gleich einen hohen Rang erlebe. Aber es sieht schlechter aus momentan, Alter. Game sound ist ganz schön laut, muss ich sagen. Soldier Assist. Ja, Boba ist direkt gestorben, weil er ein kleiner Noob ist. Und alle sind schon tot. Ey, das ist immer so ein Massaker hier. Junge, Junge, Junge. Oh, ich muss mal den Games dann ganz bisschen leiser machen. So. Ach, das ist ja diese Map. Ja, ne, die mach ich nicht so gerne, muss ich nur zugeben. Also ich muss sagen, ich feiere den Map. Das ist schon einer der Besten, ganz ehrlich. Oh, einer ist schon gequittet. Von uns. Nein, Mann, das verdienen wir safe, Dekka. Ja, Mann. Das ist mir scheiße. Aber egal, vielleicht kriegen wir ja noch einen. Oh, hat da schon wieder einer dazu gekommen. Haben wir nochmal Glück gehabt. Ich capture jetzt die East Armory. Mit meinen Bros. Ich geh schon mal vor, ich geh jetzt auf Fortress. Mit ihr, ich um East Armory. Ich kriege das allein. So. Ich hab's. Dann pushe ich jetzt mal hier außen rum und werde sie alle überraschen, wenn sie von der Base zu Fortress laufen wollen. Ja, da sind richtig viele bei Fortress gerade, Alter. Das ist mein Plan. Mal sehen, ob die auch aufgeht. Ich wette, ich sterbe gleich schon wieder. Wut auch gemeldet. Aber man wird sehen, man wird sehen. Dann ist hier auch ein Rain, der... So, hier müssen jetzt alle gleich rüberlaufen, von da nach da. Tintin, 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 tintin. Hier ist kein Schwanz, ey. Wirklich. Oh, jetzt unter mir welche. Nein, was mache ich denn hier? Ich will jetzt von hinten fliegen. One shot. Leider wurde schon getötet. Jetzt zeige ich meinen ersten Spartan Kill. Und der war one shot. Habe ich auch noch ein Double. Wo ist der Triple Kill? Ah, das sind nur die... die KI-Gegner. Ich helfe dir bei denen. Oh, danke. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Ah, hier unten kommt vier... Oh, vier Spartans, alter, einer hat ein Geschütz. Okay, dann werde ich jetzt mal hier... Oh, ich habe ihn entdeckt, ja, ja. Ah, er hat mich gekillt mit dem Geschütz. Ich will jetzt erstmal mal eine VR... Und du kannst es schon für zwei Rackpoints oder sowas kaufen. Ja, aber es ist schon... Tote Scheiße, der ist mal da hinzuschleppen. Das ist immer richtig belastend. Du musst halt ein bisschen Zeit mitnehmen. So, ich sehe mir noch direkt eine Railgun. Achso, dann kann ich ja noch... Wenn ich hier ein Dings finden kann, kann ich ja schon die Hade 2 VR... Ja, und den Nagel reißen. So. Ach, wir haben ja auch Fortress. Hätte ich ja da auch spawnen können. Ja. Naja, egal. Egal, egal, egal. Hier ist gerade sogar ein Gegner gewesen. Aber ich glaube, der ist jetzt schon wieder tot. Zwei kommt Top Fortress, drei kommt Top Fortress. Damit es sich langweilig ist, Boba, erzähl doch mal was. Ähm, eine Geschichte? Wollten Sie in der Geschichte hören? Ja, ich hätte gerne eine gehört. Ich erzähle mich auch gar nicht. Ja, ich habe keine Parade. Tut mir leid. Na gut, dann erzähle ich jetzt meine. Ich wollte dich schon mal erzählen, was ich so hasse. Ja, wo ich denke... Ich hasse es so sehr. Warum gibt es das überhaupt? Und, ähm... Bin ich aber auch gespannt. Das ist ganz einfach. Ja, da kannst du auch gespannt sein. Also, es sind zwei Sachen, ja, die mir schon richtig auf den Geist gehen. Und zwar, das eine ist, dass ich, ähm... Auf Arbeit 24-7... Alter, was war das für eine Godnade von dem? Äh, 24-7 auf Arbeit muss ich Schlager hören, ja? Weil die ganzen alten Leute, wenn wir auf Arbeit, irgendwie Schlager feiern. Ich weiß nicht warum. Ich meine, ich bin jetzt nicht so in so einem, in so einem Beruf, so wo es, keine Ahnung, wo es so Leute, also Senioren die ganze Zeit nur rumlaufen. Und sie feiern trotzdem mal... Schlager-Beruf eigentlich? Nee, das ist kein Schlager-Beruf, das ist eigentlich so handwerklich halt, in der Werkstatt. Und da sind halt so richtige Männer auch, so kein, keine einzige Frau ist da. Und dann hören wir uns immer so Helene Fischer an, und die feiern das immer so richtig und tanzen so, drehen immer so Radio voll auf. Wir hören immer Radio B2, heißt das, Schlager. Alter, da denke ich mir immer so, what the fuck. Und das ist so hart belastend, wenn du so, wenn du so acht Stunden am Tag so scheiß Schlager ertragen musst. Und ich hab da ja nichts zu melden, ich bin da nur so kack auszubildender. Ich kann da auch nicht einfach das Radio umstellen, dann krieg ich Ärger von den ganzen alten Säcken da. Ist auf jeden Fall ordentlich anstrengend. Aber der Werkstattleiter, der mag das auch nicht, aber der wird immer überstimmt von den anderen. Oh, guck mal, wir haben jetzt sogar West-Umbria. Ja, aber er ist eh meistens nach seinem Büro und da hört er die Musik eh nicht so richtig. Okay, er kämpft jetzt und schenkt, geil scheiß Ganglus vor der Bude hier. Ja, auf jeden Fall, äh, hasse ich Schlager, das kann ich jetzt wirklich nicht mehr ertragen inzwischen. Mittlerweile kann es bestimmt alles mitsingen, oder nicht? Naja, da sind halt auch immer so Lieder, die man so kennt, ne? Das ist dann immer so, äh... Man, ich hab so'n scheiß Rocketwater gekriegt. Hä, ist das safe, ich kenn's Schlager, also Helene Fischer kommt so ganz oft. Wer ist das, Helene Fischer? Ein Junge. Ist der berühmt? Kennt man den? Ja, und, äh... Keine Ahnung, diese ganzen klassischen Schlager halt, mir fällt grad auch keine ein, spontan so. Aber wenn man so denkt, so, Gott, wo fahr ich überhaupt nicht? Das rote Scherz ist umgekehrt. Ja, sowas zum Beispiel, aber das weiß ich nicht, ob das schon mal gelaufen ist. Ich fahr hier nur mit dem Warthog rum, das ist so ein langes Mal dieses Gameplay, ich muss jetzt hier aussteigen und Leute töten. Ja, dann lassen wir jetzt ein bisschen Twin-Action machen. Ja, du hättest ja in den Raketen-Warthog einsteigen können. Hättest du was gesagt, wär ich eingestiegen, Mann. Ich hab ja gesagt, ich hab nachher Raketen-Warthog, jetzt wurde ich von einem Ghost getötet, jetzt wird der Raketen-Warthog bestimmt geklaut. Tatsächlich, er wird geklaut. Naja. Okay. Ja. Wir probieren jetzt beide zusammen East Armory einzunehmen, okay? Ja, ich bin jetzt aber leider bei West Armory gespawnt. Ich bin auch West Armory gespawnt, leider. Hier ist ein Ghost, komm. Den kriegen wir. Siehst du den? Ja, ich schieße es schon drauf, der ist schon ruhig, der Fahrer. Ich versuche ihn jetzt entweder zu entern oder mich von ihm überfahren zu lassen, eins von beiden. Okay, ich wünsche Glück. Ja, er wird geändert. Sehr wohl, das haben wir schon mal gut gemacht. Jetzt habe ich hier auch eine MP, auf der East Armory. Ich folge es dir. Ja, eine MP ist schon mal wichtig. Ja, ich bin hier schon am Start. Oh, da hinten ist mein Raketen-Warthog, der geht als Geschütz, der Junge. Ich muss ihn jetzt ausschalten. Jawohl, das ist die Rache. Ja, dann sicher ihn dir. Und ich bin hier noch kurz auf der East Armory und helfe ein bisschen. Ich komme zu dir. Oh, das ist... Man, da ist schon einer eingestiegen jetzt, toll. Ich töte ihn einfach. Das kannst du nicht. Warte, ich nade ihn. Naja, egal. Ja, gut, ich kann gleich ein neues Fahrzeug holen, dann können wir zusammen fahren. Ja, geh einfach an so eine Rackstation und dann hol mich ab. Nee, ich weiß nicht, weil sie sterbe. Hast du vielleicht noch ein Ganggu's? Das wäre beste, dass mein Lieblingsfahrzeug... Ganggu's... Ja, das wäre auch richtig. Mann, ich kann gar nicht richtig spielen. Nein, ich falle out of map. Ich bin tot. Sehr egal. Jetzt kann ich mir ein neues Fahrzeug holen. Sehr schön. Ich bin hier bei Fortress, ich versuch, Fortress zu verteidigen. Ah, Mann, ich muss noch warten, dass mein Level 6 ist. Ich bin Fortress jetzt. Ja, ich... Ich versuch, es so sneaky wie möglich zu fahren, okay? Ich warte auf Level 7, dann können wir uns einen Ghost Warthog nehmen. Okay. Ja, das klingt gut, das klingt gut. Ich hatte letztens so einen Legendary Ghost Warthog. Ich wollte ihn eigentlich aufheben, weil ich hab ihn verkauft. Also Geschichte, oder? Ah, das ist einer Warthog. Mann! Das ist eine tolle Geschichte, ja. Anfang des Endes, der Uhrensohn, alter. Das war jetzt vergiftet. Mann, das darfst du nicht sagen. Das müssen wir zensieren. Was? Ah, hier sind noch zwei Hilfe. Anfang des Endes, oder? Ja. Junge, der hat schon 31 Kids. Ich hab grad mal 12, das ist ja mega, das ist langweilig. Okay, ich hab einen Ghost Warthog jetzt. Okay, gut. Achso, übrigens... Ich bin auch hinten auf dem Warthog drauf. Soll ich den Legendären nehmen? Ich hab einen Legendären. Ich bin bei Fortress. Kann man zu Fortress? Das klar. Auf dem Weg. Kommst du jetzt bottom raus? Ja, ich seh es. Das ist kein anderer Einsteigen. Ja, alle Green drauf. Okay, let's go. Ja, okay. Ich muss gleich noch meine zweite Geschichte erzählen. Ja, ich geb ihm ja, ich geb ihm ja. Ah, hinter uns, ich seh einer vor Ort da, jetzt nicht mehr. Da ist er doch, rechts, siehst du ihn, er schießt auf uns. Tschüss. Mann, brauchst du lange. Okay. Alter. Ich hab den Skullpin leider nicht gesehen. Guck mal, ich hab den Skullpin leider nicht gesehen. Das müssen wir unterbinden. Das ist ein Ghost da vorne. Ich hab ihn abgeändert. Mann, hier geht's gar nix ab. Vielleicht geht's hier. Boss, eliminiert. Das ist wichtig. Hä, gar nicht, das war der Enemy. Nein, das war ich. Da siehst du, Boss, zählt dann für uns. Ja, jetzt gerade nachsträglich, wahrscheinlich. Da vorne, da vorne ist noch einer. Ja, komm mal, jetzt läuft's doch. Oh, da, ah, einander pp. Nein, wir werden sterben. Ich bin da. Nein, der hat uns. Hab mich, ja, hallo. Der hat uns. Der ist locker jetzt gleich schon weg. Ne, Mann. Wir müssen Onigangus und fahren ganz schnell hin. Ey, warum bin ich? Mann, ich bin aus Versehen in der Homebase gespawnt. Jetzt muss ich wieder so einen Kilometer laufen, Alter. Soll ich dich abholen? Ich will dich ab. Ja. Wo bist du denn? Ich bin auf dem Weg zu dir, zur Fortress. Ich hab'n Gangus, deswegen du wirst mich sehen. Ist das beim Cork? Nein, ich bin hier noch gerade im Fight. Wo denn? Hier bei der Armory. East Armory, ja. Ja, scheiß auf den. Die nehmen mich schon nicht ein. Hier ist oben einer drin. Die nehmen mich schon nicht ein. Ich hab ihn noch schon gedauern gehandelt. Okay, ich bin hier in der East Armory. Let's go. Ja, gut. Hier ist auch ein Mordok. Aber den zerstör ich lieber. Ich hab' keinen Bock mit dir, scheiß Gengus zu fahren, Alter. Fahr hinten mit. Ich fahr dich. Ich warte mal. Jetzt bin ich auch schon alleine zu Fortress gelaufen, Mann. Da bist du mal. Ich schürme mir jetzt gleich eine Snipe, damit das Gameplay mal ein bisschen ansehen nicht mehr wird. Wir haben ja auch nicht mehr lange Zeit. Oh, shit. Sind zu viele Gegner. Achso, ich erzähle jetzt schnell mal die Küche. Die Zeit läuft aufwärts, Junge. Was? Ja. Ich schau doch, dass ich den Gatsch muss. Null. Auf jeden Fall, äh... Mann, stirb doch. Mann, stirb doch, du wärst mein Schiffel gewesen. Was? Let's go. Ja, meine Story, meine zweite Story. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist, was ich noch hasse, ja? Und zwar hasse ich Gafferstaus. Du kennst dich wahrscheinlich nicht, weil du keinen Führerschein hast. Aber, Junge, wenn du auf der Autobahn fährst, du denkst dir so, okay, chill ich jetzt nach Hause fahren, nach acht Stunden arbeiten, du fennst schon fast ein. Und dann auf einmal kommt so ein Stau und du weißt nicht warum. Und denkst du so, what the fuck, hier ist doch kein Unfall, Radio hab ich abgecheckt, so. Andere Seite war ein Unfall, ja. Und dann ist einfach ein scheiß Stau, weil die Leute so neugierig sind und auf den Unfall auf der anderen Straßenseite, auf der Autobahn, auf der anderen Seite, da rumgaffen. Und dann halten sie einfach, sie bremsen einfach und dadurch entsteht ein Stau. Und dadurch brauche ich einfach so locker so zehn Minuten länger. Ey, das ist so belastend, das kostet mehr Spritz, alles, Stau ist einfach so richtig, so richtig unnötig, ey. Wer hat den erfunden, wirklich? Das ist, äh, schlimm. Oh Gott, wie ich choke, Mann. Mensch, halt. Ah, die Menschheit. Ah, hier, da ist auch noch einer. Na, jetzt sterbe ich mit der Snipe, Hans so ein Drecks-Scheiß-Gameplay, Mann. Das hat mir lieber Mainz, dem Mann, ich hab schon. Ich hab' schon. Ich kann mir gar nicht so, weil ich nur so bleibt, eins bin. Ja, geht's dir gut, kannst du noch leben, lebst du noch. Äh, nein. Ja, auf jeden Fall hasse ich Gaffa-Staus, das ist für dich das unnötigste, was es gibt, Mann. Aber ja, hasse ich auch, also, obwohl eigentlich lieb ich Gaffa-Staus, das ist schon nichts, was ich hassen tue. Mann, Jörg, kannst du auch aufhören, so eklige Geräusche zu machen, wenn ich einen Commentary aufnehme? Die Leute werden angewidert sein. Oh, da ist ein Ghost obendrauf, auf unserer Base, Mann. Nö. Die nehmen das ein. Da ist einer East Armory. Ghost ist da obendrauf, auf unserer Base. Hab' ich doch gesagt, ich hab' ihn geentert. Äh, echt? Warte, kill ihn. Ich kill ihn nicht. Hä? Wo ist er denn? Ich seh' ihn nicht mehr, ich hab' den Ghost jetzt. Jetzt hat er mich gehört, Mann. Mit dem Ghost werde ich jetzt rasieren. Ich will sie jetzt hier raus. Er wird dich entern, ich sag's dir. Nein, ich will mir jetzt, ich will mir jetzt die Gegner mit dem Ghost, ich werd sie jetzt allüberfahren. Äh, das ist nicht jemand. Guck mal, hier ist schon ein Opfer, der erste Opfer. Ah, ich wurde direkt geentert. Hilfe, Hilfe, Mann. Mann, was war das für eine Scheiße, Alter. Oh Gott, das kann ich den Leuten nicht anbieten. Ich werd' das einfach zanzieren, was ich gerade gemacht habe. Mit der Raygun und die ist vor allem ganz gut, die nehm' ich jetzt nochmal. Naja, ich wurde geentert. Ich hab' mich relativ dumm angestellt, bei dem Überfahren von anderen Leuten. Ist auch immer so, wenn andere einen Ghost haben, werde ich so instant gekillt, kann nix dagegen tun. Aber wenn ich einen Ghost habe, dann kann ich nix reißen, Alter, nix. Genauso wie der Needler, wenn man den hat, kriegt man keine Kills, man wird aber immer von ihm getötet. Wir brauchen halt mehr Skills, mehr Fahrzeugs-Skills. Ah, ich nehm' jetzt nen Banshee. Oh, nein, es war Banshee sogar. Mann, jetzt hab' ich mein für mein Over. Ah, für mein Over hab' ich nen Trace Marine getötet. Und jetzt hätt' ich lockern 6, weil ich hätt' ich hätt' einfach einen fünffachen oder so gehabt, man, hätt' ich diesen Scheiß Marine nicht getötet. Oh, ich hab' gar keine Muni mehr mehr. Oh, ich hab' dir ein Kill-Up gestorbt. Danke. Das ist auch einer Two-Shot. Guck mal, der wird jetzt hier getötet. Oh, mein Gott, wie sie alle auf dem Banshee geiern, man, diese Bitches, Huren, Kinder, Alter. Ich werd' jetzt den Racer vorne zerstören, mit Ansage. Come on. Verdammt, ich wurde gesniped. Ach, man. So, jetzt noch einmal Sneaky, Sneaky Beaver mit der K-Mo machen und dann... Oh, ich hab' gekannt, eben auch jetzt hab' ich's. Komm, jetzt werd' ich mich hier irgendwo an schleichen. An den Officer Brace. Ich wurde direkt neben dem Wave so gesporned, hab' extra Temporschub genommen, um da wegzukommen, dann schießt der auf mich. Ah, ich... Scheiß auf den Brace, den kann man ja nicht töten. Kann man nicht intern. Ich muss jetzt noch Gegner finden, die sind... Ist ja gleich vorbei, das Game. Ja, Digga. Ich hab' sie gut rasiert, ja. Vor allem wir beide, ah. Ah, ich hab' sie nicht gesehen, ich hab' doch Camo. Mann, ich war's hier nur wie Gala. Oh, ich wurde... Geseitigt. Wo, der eine ist ja gut am Köln hier, hier die ganze Zeit mit den 56. Sieg! Victory! Wie viel Köln hat er 6 und 5? Ja, aber Toast hatte auch schon 70 einmal. Ich hatte auch schon einmal über 60 auf jeden Fall. Oh, die Shitman. Ja, ja, Mann. Säftig. Ja, Gigi auf jeden Fall, ne? Können wir eigentlich, weil's so gut lief, können wir eigentlich ein 30-Minuten-Video machen, oder? Noch ein Game-Worzum, ne? Ja, save. Ja, Mann. Wir müssen noch ein bisschen Content bieten den Leuten. Außerdem, umso mehr Zeit, also umso länger unsere Videos sind. Ich hab' gar keinen Booster hingesetzt, Mann. Ja, wir verdienen Übersicht, gell, Mann. Ich warte auch schon auf den nächsten Check. Ja, die Klarenkasse ist schon gut gefüllt, das weiß man schon, das weiß schon jeder. Ja, die Klarenkasse ist feuer und Quicks, äh, es geht nicht, Quicksal. Sondern Schneidman macht ja jetzt schon Urlaub in Amsterdam mit dem Geld aus der Klarenkasse. Aber wir haben so viel, ich werd' auch damit erstmal nach London fliegen nächstes Wochenende. Digga, ich werd mir erstmal ne Villa davon kaufen. Da ein paar Sachen regeln. Im Beverly Hills, dicker. Ja, Mann. Junge, ich glaub, das ist nicht so nice, wenn du isst, das Leute, die wollen die Leute, glaub ich, nicht hören. Okay. Wir stimmen ab. Schatz in die Kommentare. Wenn ja, dann ja und wenn nein, dann nein. Okay. Also ich hab schon zwei gesehen, wir haben ja geschrieben, also. Okay. Ja gut, es ist, ich hätte auch gerne, ehrlich gesagt. Deine Kaugeweiß, du, die mag ich gerne. Ja, Essen tue ich sowieso gerne, das ist ja keine Frage. Ich nicht. Ich trinke lieber. Trinken ist auch nicht schlecht. Apropos, ich werd erstmal einen Schluck von meiner Boll sippen. Ja, ich hab auch Durst. Ich trinke gerade nämlich die, das Wasser von Penny, Elites von Tanebrunn. Hier möchte ich an dieser, an dieser Stelle mal erwähnen, es sind unsere Partner. Die bringen uns auch ordentlich Geld immer in die Clan-Kasse. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr wohltuend. Ja man, genau wie Funny Frisch, Chips Frisch Oriental. Meine Schlicksorte Chips, die esse ich am liebsten. Hey, erzähl mal ein bisschen über Liang Dortmund, du kennst doch jetzt ein paar Facts. Aha, ich hatte schon alles wieder vergessen. Das ist irgendeine Halo-Firma, die Vortox und Mongoose und sowas herstellt. Ja, aber die sind auch ein Bergbauunternehmen, oder nicht? Ja stimmt, Bergbauunternehmen war das. Ganz komisch. Und das hat wohl laut dem Namen den Ursprung Dortmund, Nordrhein-Westfalsche Städt. Von daher, jetzt müssen wir erstmal wieder hier die Jackals gekillt werden. Hey, wir sind gar nicht auf Chicklefield-Gang gerade, fällt mir auf. Scheiß mal auf die Kills, ja. Wir sprinten einfach durch zur Spire. Ja, das geht doch noch nicht mal, wenn es offen ist, oder? Doch, das geht, das geht. Die anderen werden sich schon darum kümmern. Ja, wir haben es jetzt eh schon geschafft. Ja, ich werde aber durch die Mitte gehen und zu Spire gehen. Aber da sind die, da sind die Jäger. Nee, nee, die sind auf Spire. Ich meine ja auch East Armory. Ja, du hast Spire gesagt, du kleiner Lügenwold. Aber dann habe ich mich verbessert, East Armory. Ja, dann komme ich natürlich, werde ich dir natürlich sofort gehorchen und zu dir kommen. Jetzt gehen wir zu Spire, jetzt ist egal. Geh zurück. Geh zurück. game Nein. Nein. Die Kampel. Von am hour und war ganz jetzt. Werft. Nee ist. Ich fühle mich jetzt an. Ah unquote. Verírnerl wird uns in Klo ein Zeitzender was da fliegt. wir wollen mit den copyrights keine rechte ja dann kriegen wir keine werbung draufgeschaltet man ich bin unnötig gestorben gerade auch so schlecht was ich gemacht habe elite ohne verstand gespielt so wie immer meinst du habe ich erst mal die Don gehuntet hier den Kollegen den Kumpel in der Base 2 und 1 das ist ja fair alleine trauen sie sich nicht gehen zwei aus Bayern vorlaute mal ein bisschen nicken ja ok mach ich gleich da sind noch zwei Jäger oben Koordinaten ansagen dann bitte also Meridian und Breitengrad will ich wissen ich konnte leider nicht auf Tasche maaam ich werde ihn downhanden jawoll die Türen Antipel den haben wir jetzt die Hunter die Jäger das war ganz schön das war auf einmal vor mir Leute die Leute kommen wir einfach auch jetzt haben wir hier den Warthog drauf den werde ich jetzt rumfahren jetzt ist er tot dann werde ich jetzt ins geschützt gehen aber ich hätte auch einfach so umstellen können egal auf die Jäger werde ich jetzt schießen wieso bin ich hier mit einem Schuss tot man ah es ist belastend naja ich werde jetzt erstmal hier und damit werde ich jetzt ein bisschen rippen rassieren was nimmst du die für eine Waffe ne pp und ne b a die Lube-Kommo werde ich jetzt die Woldshot ah deka eigentlich ein Territus man besser ich bin durchgebrochen durch durch die Mauer bin ich durchgebrochen ich werde jetzt West Armory infiltrieren sneaky auf jeden Fall gut sneaky ja du musst auf jeden Fall die Spire holen und dann werden wir den Kern den Kern zerstören okay alles klar ich bin jetzt hier schon fast in den gleichen Gameplay draus dann ich hab's in den Marine hab ich mit der PP abgeschossen ah verdammt man schon wieder die scheiß Marines gehen mir auf die Eier soll mich nicht nerven jetzt kommt hinter mir ein richtiger Gegner hab ich da auch gehandelt mit der Noob-Kommo so wird die gespielt guck mal West Armory wird schon eingenommen von mir alleine so kommt her ihr Gegner ich hab nur 36% ah verdammt da sind die 3 einfach gespawnt sie hab ich alle down gehandelt no way glaub ich dir nicht doch echt ich schwöre wieso bin ich eigentlich noch nicht Level 4 man ich hab schon mies viele getötet 2 oder 4 ja vier Leute hab ich schon gekillt Wie soll ich dir noch ne PP? ne pistol meine ich und assist, ich hab dich assisted und ne PP hab ich gefunden guck mal jetzt hab ich den NoSK abgeschossen haaa und jetzt bin ich down naja nebenhin hab ich den NoSK down gehandelt und jetzt kann ich endlich meine Halo 2 BR nehmen Und eine schöne Railgun. Hast du die wirklich? Nee, ich tue nur so. Boah, geht mal her. Wir tauschen. Ja, okay, wo bist du? Das war ich Spire. Ich bin auch bei Spire. Ich habe auch eine Railgun. Ja, ich finde dich jetzt nicht. Ich habe keinen Bock jetzt auf dich zu warten. Ich bin hinter dir. Ja, ich kann gerade nicht. Ich schaffe gerade keine Zeit. Ich muss weg. Ich bin gerade mit einem Fight. Oh, I'll do for one. Nein, das. Das ist ja over. Kill ihn doch. Nein, ich muss nachladen. Mann, ich hätte lieber nachladen, sondern die ein Kind müssen. Die hätte ich locker auch noch gekriegt. Mann, diese Whiplash ist so todesstark. Die ist Todes-OP, Mann. Da, ich habe wieder zwei Marines getötet, statt in Overkill. Mann. Weil die schiebt so richtig schnell. Und schon wieder ein Marine. Ach, ist das belastend, ey. Ist das belastend. Ja, ja, ja. Okay, hi. Und noch ein Trippickel. Aber leider will ich den down. Die Halo 2 Bia. Das ist Legend. Ich glaube schon. Die Legendary. Ich glaube schon. Was will ich mir jetzt holen? Äh. Meine Random Weapon. Damit es ein bisschen spannend wird. Eine Common. Random Weapon. Und? Nein, ich habe den Raygun gekriegt. Läuft doch. Ja, ich habe den normaler. Ich habe den normaler, Alter. Aber die Spannung jetzt. Nichts besser als ein fucking Suppressor. Ah, Mann. Nichts Joker. Hä? Was? Der ist nicht gestorben, Mann. Wer es glaubt. Wer es glaubt. Wer es glaubt. Ah, ich werde von zwei Leuten gepusht. Und bin dann. Das ist einer von den Weak. Das wäre mein Over. Kriegen wir das andere? Dann sneak ich mich jetzt schon mal vor. Ich werde mir jetzt hier die SMG einpacken. Und dann werde ich mich jetzt zur gegnerischen Base vorsneaken. Ich habe leider kein Vehikel. Ich bin gerade mal Level 3 wieder. Weil ich mir gerade die Random Railgun gekauft habe. Von meinem echten privaten Geld. Oh, hier ist ein Gegner. Ein Ghost. Den lasse ich mal lieber vorbeiziehen. Ich bin ja hier gerade auf geheimer Mission. Du musst es jetzt einnehmen. Wir nehmen es ja gar nicht mehr ein. Du musst es jetzt schnell einnehmen, Bober. Ja, ich dachte auch, die nehmen es ein. Und deswegen bin ich schon mal vorgefahren zu den Gegnern. Ja, ne, nimm es mal ein. Ich bin jetzt schon fast da. Ich bin jetzt auch schon fast da, yo. Ich bin schon da jetzt. In der West Armory. Oh, hier ist einer im Kongus. Der muss sich vorbeiziehen lassen. Die dürfen mich hier nicht verlegen. Ah, warum ist er so schnell mit dem Swap? Warum ist er so schnell? Ah! Vielleicht hat er einen Speedboost. Naja, Sward ist generell schon schneller, ne? Okay, ich bin jetzt vor der Tür. Sobald es losgeht, kann ich Edmarine ausschalten. Also, nimm es ein, los. Ich habe ihn die ganze Zeit im Visier. Wir verlieren sogar Spire jetzt. Oh, Mann, das wird voll nichts mehr. Rückzug, Jungs. Oh, das sind Gegner. Vielleicht kann ich wirklich an ihn ran sneaken. Mein erster Warthog, der ist viel zu schnell. Er hat ein Scout Warthog. Wie soll ich gegen den Scout Warthog ankommen? Jawohl, wir haben den Legendary Take-Done bekommen. Das ist bestimmt übelst abgestoppt, so wie ich unsere Teammates kenne. Also gar nicht. Ich bin im Scout Warthog immer noch auf den Fersen. Ja, dein Unfall, das ist meine Chance. Ich habe ein Assist nur ergattert, weil zwei Ghosts die noch gehandelt haben. Schieß doch nicht auf mich, du kleiner Noob. Sie machen so richtige Ghost-Crew, Alter. Drei Leute mit Ghosts, die fahren alle zusammen. Guck mal, jetzt kann ich mir so gerne in den Scout Warthoghurt. Da kann ich mit dem Nagel reißen und zur Zivilisation wieder fahren. Alter, da sind drei auf Spire. Ja, sechs oder so. Alle. Ja, Mann, ich mache sie alle nur week. Ich auch. Ach, komm her. The Noob. Habe ich da gehandelt mit dem SMG. Was nachladen? Ich muss beide Waffen nachladen. Aber ich habe jetzt zum Glück Reflex Enhancers, wie das heißt. Aha, die Marines, Mann, wie strong sie sind, Alter. Sie haben so übelst die starken Waffen. Oh, ich finde schon Level 7. Das wird jetzt ein schönes Gameplay. Ich brauche nur ein gutes Vehikel. Mantis? Was glaubst du, was ist am ansehnlichsten? Eine Waffe? Eine Snipe oder sowas? Oder eine Snipe, würde ich sagen. Definitiv eine Snipe. Wenn du sie alle aus Spire da raus holst. Sheesh. Ja, okay, dann auch nicht mehr jetzt die Mantis. Kann man mit dem Ding sprinten? Nee. Aber du kannst dich ducken mit ihm, also T-Bang. Ja, das ist das Wichtigste zum Glück. Müssen wir noch die Funktionen ja abchecken. Aber jetzt sollte klar gehen. So, in welcher Richtung soll ich denn jetzt laufen? Na, lau ich mir hier. Was? Vehicle kept active? Too many vehicles in the warzone? What the fuck? Seit wann geht sowas? Hä, kannst du kein Vehicle nehmen? Nein. Oh, aber ich habe eine Magnum freigeschaltet. Ja, ist das ein Gegner oder ist das ein KI? Elite Kill. Oh, das ist wohl ein KI gewesen. Noch einer. Werde ich auch noch ausschalten. Assist. Ja, nein, Assist. Guck mal, und jetzt kann ich auf Spire ballern, ja. Den, 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 den. Jetzt werden die Kills hier nur angeflogen kommen. Stirbt, meine lieben Blut. Leute. Kann man beides gleichzeitig schießen, ja, aber? Nee. Hä, diese Küche, die man in den Daumen hat, hier? Woll, ich bin ja schon noch hier am Flackern, aber ich habe begonnen. Na, jetzt vorlich. Wir sind denn hier so viele Welt, die ist, von den von den, von den Eliten hier. Das verstehe ich nicht so recht. Das sind Gegner, oder? Ja, das sind die Eliten. Nein, ich werde geändert, weil ich nicht auf diesen Scheiß-Bangie konzentriert habe. Wie, ah, wie ein Sven-Dreck-Scheiß. Mantis hat sich überhaupt nicht gelohnt. Aber alle Zuschauer, die noch kein Mantis hatten, braucht ihr nicht. Ihr habt nichts verpasst. Oh, ich habe leider keine, keine, äh, nice Waffe mehr. Ich warte mal lieber, dann komme ich mir gleich eine Snipe. Ah, Mann, 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 Mann. Boa, willst du dich nochmal nach einer Geschichte erzählen? Was magst du denn überhaupt nicht? Was ich hasse? Naja, abgrundtief. Ähm, vor allem Leute, die mich fragen, was ich hasse, kann ich nicht leiden. Ah, ganz kreativ, weiter mal. Ah, oft war ja immer noch einer. Jetzt kann ich mir aber eine Snipe holen. Ah, ich habe ja doch noch eine Regan, aber nur Arclight. Die ist aber auch totes Nice, aber die werde ich jetzt nicht nehmen, weil ich lieber eine Snipe habe. So, was ford ich mich hin? East Armory natürlich. Und dann werde ich mich jetzt auch wohin, hincampen wie Ost-American Sniper. Ich werde dann noch ein paar Stunden liegen und dann warten, bis da mir einer vor die Insel läuft. Ich meine, American Sniper war aber auch ein guter Film. Wieso sollte es jetzt bei mir nicht auch gut funktionieren? Hast du den geguckt? Ja. Echt? Ich finde, das ist alles nur Kriegspropaganda. Also ich fand den ganz nice, muss ich sagen. Darum fanden ein paar Leute nice abgemetzelt. Aber Digga, du hast noch nicht mal Star Wars und Herr der Ringe geguckt, oder? Psst! Mann, ich wurde schon wieder getötet wegen dir! Mann! Wie? Ja! Mann, du hast mich mies abgelenkt mit den Star Wars. Kann ich nicht hören. Was soll denn das sein, ey? Star Wars ist doch für Kinder was. Nur für Kinder. Nee, Spaß. Deine Mutter ist für Kinder. Ich kenne mich lieber. Junge, jetzt denken sie wirklich, dass ich Star Wars nicht gesehen habe, nur weil du es noch nicht geguckt hast, Alter. Du verdrehst hier voll die Rollen. Ich war so im Kino und Star Wars 7 geguckt. Ich weiß gar nicht, was du hast. Junge, ich war im Kino und Star Wars 7 geguckt, Junge! Alter! Ja? Mann! Ja, Mann! Wer ist denn Han Solo? Wer ist Han Solo? Das ist eine Fangfrage, den gibt's gar nicht. Okay, gut, nicht schlecht, nicht schlecht. Du hast es durchschaut, Digger. Ja, siehst du, ich hab doch gesagt, ich hab's gesehen. Du hast es nicht gesehen. Deswegen fällt dir auch nur jemand ein, den es gar nicht gibt. Das ist doch ganz klar. Ich kenne nur Hans Saapai. Aber Hans Saapai weiß gar nichts, oder? Mann, jetzt sind... Was ist mit ihm, er weiß gar nichts, weil er schwarz ist, oder was? Hä, das hast du mir jetzt gesagt, also, what the fuck? Ja. What the fuck, dude. Ah, hier ist doch wohl Benji. Ja, ich verstehe das nicht so richtig. Wieso ist der Benji nicht mit einem Raygun Schuss da, Mann? Brauch' ich zwei für? Habe ich jetzt zwei von meiner guten Rayguns verbraucht? Mann, als ob ich keinen getroffen hab. Die schießen die ganze Zeit mit der Snipe, Mann, die Wichser. Das ist einer One-Shot. One-Shot an mein Ex. Was? Ah! Irgendwie hat mir der... Mit dem Spunner hab ich gezielt, glaub ich. Kommt raus. Ich hab meine Raygun geladen. Und ich hab keine Angst, der einen zu setzen. Oh, sie haben die Gegner ausgeschaltet. Boss. Boom, das ist ein Kill. Oh, Marci, ich bin hinter dir. Ah! Wo ist denn hin? Da ist einer gedroppt. Sehr schön. Ein hab ich. Aber da oben sind noch ganz viele Marines. Ich hab heute schon genug Marines mit Rayguns getötet. Du kümmest dich um die Gegner. Ah! Wir sind drei. Help. Äh, man... Ja, scheiß Niedleiter. Das mein' ich mit dem scheiß Niedleiter. Das mein' ich. Das ist... Okay, ist, Digga. Ja, weil ich selber damit auch nicht umgehen kann. Glaub' ich. La, 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 la. Ja. Sieben Gegner sind auf... Aufs Bayer. Ich brauch' Help. Mann, ich werd' jetzt erstmal hier um... von wen die andere... Ich geh' die ganze Zeit auf Spire. Ich geh' jetzt auf West Armory mal. Ich werd' mich da wieder reinschleichen. Das hat ja bisher gut funktioniert. Dann werd' ich da die Leute mal ausschalten. Konnt. Nee. Die pushen jetzt alle zu Spire. Ja, da pushen noch welche drauf, aber die kriegst du schon. Guck mal, ich kann jetzt wieder hier das einnehmen. Diesmal klappt's nämlich. Hier ist gar keiner mehr drin, siehst du mal. Die werden jetzt gar nicht mitbekommen, wie ich das hier einnehme. Ich hab' ich jetzt hier hinsneaken. Gleich für sie da wieder spawnen, wie vorhin. Na, sie spawnen ja aber nicht, weil ich... ...zu gutes Movement habe. Guck mal, ich hab's alleine eingenommen, einfach. Bin ich nicht krass? GG, mate. GG. Jetzt werd' ich auf Spire gehen und das auch alleine einnehmen. Mann. Warum wär' ich auch fast eingenommen. Verdammt! Wir haben nur noch 8 Mann, der Gefährt, die ich da hätte ausschalten müssen. Sag mal, mir reicht's jetzt, jetzt wird's... Jetzt wird's... Jetzt wird mit irgendwas... Was wird jetzt rasiert? Das ist die Frage. Ah, Level 5, da kann ich mir schon noch irgendwas Nices holen. Hm. Das ist ja mal so eine schwierige Entscheidung. Ich glaub' ich hab' hier mal einen Damage Boost. Mal sehen. Ich hab' glaub' ich noch nie wirklich mit Damage Boost gespielt, außer ich wurde immer direkt getötet. Mal sehen, ob der wirklich so viel bringt. Ja, ich werd' jetzt nicht dafür verschwenden. Für diese scheiß Gegner hier, KI-Gegner. Mann, Marine hat mich ausgeschaltet! Drei Schüsse brauch' ich für einen Gegner mit der WA. Nein. Nein, ich hätte noch mehr Kills machen können, aber... Dann kann man einer mit der Scattershot... Oh. Immer noch ein Sist bekommen. Also, lohnt es sich noch, irgendwas krasses zu nehmen? Naja, es... Nee, ich glaub' der Worn Eternal. Wenn wir den kriegen, dann nicht, aber ansonsten schon eigentlich. Ja, sie haben ihn, also kannst du noch nehmen. Dann, 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 dann... Alter, so'n Damage Boost bringt's ja wirklich. Oh, ich hab' nicht weniger abgeschossen. Ja, ne? Ich hab' den auch fast nie benutzt. Aber, wenn du ne gute Waffe hast, dann wär's noch krasser. Ah, ich hab' den Wichser. Ah, ich hab' den Wichser. Schisch. Schisch. Ja, die Saw, Alter, die hat auch, äh, Campion, Neutfangen gemacht, okay, ne, das war. Echt? Wusste ich gar nicht. Glaub schon, ne? Hm. Wusstest du, oder? Nein. Ich bin ganz alleine auf, darauf gekommen, dass die Saw gut wäre mit einem Manage-Bus. Ja, das hab' ich mir, hab' ich mir gedacht, dass du lügst. Ich kenn' ich jetzt schon die ganzen Jahre, und du erzählst dir eigentlich nie die Wahrheit. Ja. Manchmal schon. Was? Was war das denn? Was? Was war das denn? Ein Schwert? Ja, wie geil gesagt, dass er ein Schwert hat. Oh, ich hab' ihn auch gekriegt. Ah, wie viel Kills haben wir? Wie viel Kills haben wir? Ah, 983. Okay, ein Random-Welt ist noch drin. Okay, ein Random-Welt ist noch drin. Jawoll! Oh, der Niedler, endlich! Darauf hab' ich schon mein ganzes Leben gewartet, dass ich den endlich bekomme, Mann. Damit werde ich einen Abschlusskill machen. Das verrate ich dir schon mal. What the fuck was that? Der erste ist schon mal down. Läuft doch, läuft doch, und ich bin auch down. Noch zwei Kill, dann ist es vorbei, dann haben wir wieder gewonnen! Excellent work, Spartans! Sehr gut. So, ich denk' mal, das reich... Ich denk' mal, das reicht erst mal für... für heute. Das wars dann! Für Warzone. Willst du noch was sagen, den Fans? gebt auf jeden fall ein like auf dieses video abonniert und ja wenn ihr es bis zum ende geguckt haben schreibt ein kommentar das spieler hätte das video ist 43 minuten nach ich hoffe ihr habt ihr habt nicht zu viel zeit weil das war jetzt ganz schön zeitraubend und ich habe ja jetzt weil das war ganz schön zeitraubend